Und damit herzlich willkommen zu Let's Play. Zum Piercer. Also ich habe es gibt ein neues Update. Ich habe jetzt gerade schon mal versucht das aufzunehmen. Und es war ein Graus, weil das Spiel total abgestürzt ist. Ich bin froh, ich konnte jetzt endlich meinen alten Spielstand auf die 8.1 ummodeln. So, bevor es mir das Spiel ständig abgekracht, das war furchtbar. Ich habe mir angeschaut, ja, das fliegt so, das war, ach, okay, der Auto ist jetzt nicht mehr da. Um 3 habe ich aufgehört und um 7 bin ich aufgestanden und dann habe ich jetzt gut eine Stunde gebraucht, das alles wieder hinzukriegen. Es gibt einige Sachen, die sich geändert haben. Ich bin jetzt auch in ein altes Gebiet zurückgefahren, damit wir was für eine Änderung haben, die es gibt. Beziehungsweise ich brauche ein paar Sachen. Es gibt nämlich eine neue Ressource und die ist Sand. Und ihr werdet auch gleich, wenn ihr hier meinen Wagen seht, einige Sachen feststellen, die sich vielleicht ein bisschen anders sind. Hier sind nämlich ganz viele Sachen verdreht. Das heißt, ich werde die Abreise wieder neu bauen, weil mich das so ein bisschen stört, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber erstmal... Wiegt Geld jetzt eigentlich mittlerweile was? Das hier ist übrigens mittlerweile schwerer geworden, weil sich die Gewichtsklassen auch geändert haben. Da ist das, das Alter ist und sieht besser aus. Nummer 3. Und dann können wir hier Metallschaufel aus Altmetall machen. Ich bin froh, dass ich meinen Speicherstand nicht... Äh? Ging das nicht so? ...nicht ändern muss, weil das hätte mich dann wirklich angekotzt. Ja und erstmal... Du wirst getrunken. Wenn ich nämlich die Rennenergie habe, die ich brauche, weil ich glaube, ich muss auf das Gebiet rüber. Ich bin da vorne auch mal spaßhalb rüber geschwommen. Also wenn das hier unten kein Sand ist, dann kann ich da rüberschwimmen, das geht. Vielmehr ist da drüben auch, glaube ich nicht. Vielleicht ist auch bloß mit 100, mit voller Ausdauer, kommt man da sogar hin. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Ausdauer weg ist. Wahrscheinlich ersorgst du dann. Kann ich denn jetzt hier sammeln? Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Genau, klar habe ich. Oder ist das gar kein Sand und nur als eine Sandstruktur? Das wäre natürlich jetzt auch scheiße. Ich habe es nämlich nicht getestet. Aber es ist doch Sand, wieso kann ich mir den nicht holen. Ich bin extra deswegen hier hintergefahren. Wie kippt man denn? Ja, scheint echt wunderbar zu klappen. Hier oben wird wahrscheinlich auch nichts weiter sein, oder? Ich schätze mal, den gibt es den Sand vielleicht auch aus den späteren Arealen. Es sieht aber aus wie Sand, also ich bin davon ausgegangen, dass es Sand ist. Ich habe keine Ahnung. Zombies von Möbel geht damit schon mal. Das ist schon mal eine tolle Sache, aber ja. Dafür wollte ich es nicht haben. Dann kann ich auch wieder geradeaus fahren und vielleicht noch mal ein paar Waffen abgreifen, weil meine Waffen kann ich immer noch nicht reparieren. Das wäre mir fast noch wichtiger für das Spiel, als die... Also es gibt es auch eine Möglichkeit, anscheinend Bandagen herzustellen und sowas. Da wäre es mir wirklich fast wichtiger, eine Reparaturstation zu haben. Ich vermute, man ertrinkt einfach, wenn die Ausbau auf Null ist. Ich brauche es einfach mal testen. Interessant, wenn ich mich nicht bewege, geht es langsamer. Oh, okay. Oh, das geht aber rapider. Einmal Schmerzpillen. Ich hätte gesagt, ich bin sofort tot. Das ärgert mich jetzt, dass ich euch das nicht zeigen kann. Ich habe echt das auch, ja, super. Egal, dann gucken wir gleich mal, dass wir hier noch ein paar Sachen gebaut kriegen. Beziehungsweise abgerissen auch. Weißen wir erstmal ab. Tut mir leid, ich habe Leerung, ja. Das Bett kann so bleiben, wie es ist. Den Ofen werde ich gerne neu. Ne, man muss es mit dem richtigen machen. Das dauert ewig. Naja, Ressourcen habe ich mehr als genug. Da kann ich mir dann die Schätze, solche Schätze kann ich mir jetzt aktuell wirklich erlauben. Und das hier, das Ding war auch. Hier gibt es übrigens nichts Neues. Dann würde ich ja erstmal weglassen. Vielleicht auch eine aggressive Gans, die dir hinterherläuft. Oder jemand mit einer Tuba. Die Tuba klingt vielleicht ein bisschen tiefer, aber trotzdem. Hier gibt es übrigens auch nichts Neues. Jetzt auch die Glasflasche hier. Ich sage, wir gucken jetzt erstmal, dass wir ein bisschen bauen. Die Schränke ist und das hier sind komischerweise ganz so geblieben, wie es sein soll. So, was braucht man denn hier? Die Zimmermanns Werkbank, Metallwerkbank, Holz, 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 Holz. Holz habe ich massiv. Fehl aber nicht da. Da war es auch nicht. Ne. Ich habe vorhin noch mal die Schränke geschaut, es ist nichts, dies war und okay. Ach, ich habe die Sache noch im Inventar, umso besser. Ich habe ja noch diesen Weg. Ich habe vielleicht noch damals falsch gebaut, könnte auch sein. Erspart natürlich jetzt eine Menge Rohstoffe, wenn ich die Sachen nicht neu bauen muss. So, als nächstes. Den Schneidertisch. Komm auch wieder da hin, wo er war. Und jetzt wird anscheinend jetzt auch neu berechnet, wie Hunger und Durst hochgehen, wenn man schlafen geht. Als nächstes, die Metallwerkbank. Ich kann ja schon bald den ersten Hammer wegschmeißen und deswegen kann ich vielleicht auch neu bauen, aber das ist auch kein Problem. Das ergreicht mich halt nur, dass ich kein Glas habe. So, die Metallschmelze. Ne, sieht richtig aus. Ja genau, ist zu mir gezeigt. So, was kann ich jetzt wieder machen? Kann ich immer noch nichts machen. Also ich kann es wegschmeißen. Das ist ein reines Wegwerbssystem in dem Spiel. Das ist natürlich nicht so toll. Da wir den Sachen halt einfach nichts. Wenn man die nicht reparieren kann, finde ich immer noch blöd. Ah, den Ofen. Ich habe gesehen, es gibt jetzt anscheinend was Besseres. Style-Dich-Wäsche. Oh. Bessere. Und ein besserer Hammer. Oh, ach egal. Moderner Tisch, einfach und style-Dich-Tisch. Ein Tisch mit Feuerstelle aus Eisen. Ich glaube, ich baue da mal das hier. Da brauche ich aber. Oh, da muss ich viel Metall schmelzen. Ja, ich habe das Schiff getragen gehalten. Und die Ball Nummer 10. Und die Ball Nummer 10. Jetzt brauche ich so. Also wenn ich jetzt richtig gute Sachen machen möchte, brauche ich so richtig viel anscheinend. Metall wird jetzt richtig teuer. Das heißt, ich sollte vielleicht dann nochmal ins nächste Gebiet gehen und doch noch ein bisschen was fahren nach Möglichkeit. Vielleicht gibt es auch bald noch Metallschläger. Und noch bessere Nackernwasser. Dass man immer noch kein Holz braucht. Ich hoffe, dass ich in dieser Feuerstelle was Neues machen kann. Es gibt übrigens auch eine Art Wassertank konnte ich auch bauen. Wie brauchen wir denn? Acht. Das ist 24 Eisen allein für diese Steel Turnature Parts. Wenn du wirklich hier anfängst, das ist so dermaßen teuer. Da bist du wahrscheinlich schon mindestens in der Stadt, bis du das zusammen hast. Wo ich jetzt den Sand herkriege, weiß ich immer noch nicht. Ich könnte nochmal ein Stück weiter zurückfahren, weil hier gab es doch, glaube ich, in Level 2 noch eine Art Strand. Aber ich weiß nicht, ob ich da Sand herkriege. Oder ob ich das nur in neuen Gebieten herkriege. Das wäre natürlich echt scheiße, wenn ich das nur in neuen Gebieten kriege. Vielleicht an die Körpers of Fashion Magazines. Wie schwer ist denn die? Wiegt alles noch ein Kilo? Oh, ist gar kein Problem. Klar könnte ich jetzt ein besseres bauen, aber wofür? Ich fahre schon mal in der Zwischenzeit zurück. Die Bremse ist dann schnell. Vielleicht muss ich auch noch ein Gebiet zurück. Das weiß ich. Nee, 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 es ist eigentlich noch. Okay, das ist wirklich nur dafür da, Feuer zu machen. Aber davon ist es ja schon. Ja, könnt ihr euch noch erinnern, dass man nach Zeiten... Zeiten kann ich noch mal eine Pistole abgreifen, auf jeden Fall. Kann ich den Ofen doch wieder bauen. Ich habe mir gedacht, da kriege ich neue Rezepte raus. Ja, auch ein bisschen schade, wenn ich den Ofen nicht mehr hätte. Wie gesagt, neue Rezepte gibt es nicht. Wasser liegt jetzt ein bisschen schwerer. Hier gekauft hat auch eine Flasche Wasser. Ob ich die Glasfasche brauche, weiß ich noch nicht. Feuersteller das Eisen. Okay, ich wollte eigentlich auch bauen, oder? Aha. Wo kann ich das hinbauen? Ach, das ist für oben. Gott, wie auch kann ich denn hier bauen? Okay, da muss ich vielleicht doch noch mal kurz warten. Jetzt behalten wir. Das bleibt mal hier. Das brauchen wir jetzt einfach mal hier rein. Ich müsste das Schlafproblem erstmal kurz lösen. Spauen die Sachen jetzt nicht mehr nach. Oh, ich habe ja vergessen, wie die mal schadigend von dem Spiel waren. Hoppla. Ähm, das wäre natürlich echt scheiße, wenn die mit... Doch. Ähm, F war alles nehmen, okay. Dings hinten auch. Okay. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Elektrische Teile brauche ich auf jeden Fall dann nicht. Ich würde diese ganzen Sachen jetzt anlegen. Aber eigentlich will ich auch unter den Strand. Wenn das wirklich ein Strand ist, oder einfach nur ein Fluss. Vielleicht gehe ich doch mal schlafen. Nehmen ein paar Pillen und Wein nehme ich in den Schlaf. Ich meine, es muss ja ziemlich sicher sein hier in der Zeit. Gut, haben wir es jetzt. Müsste ich auf jeden Fall wach sein. Dann frühstücken wir erstmal richtig. Echte Männer frühstücken Chips. Ja, ich habe es wieder raus. Oh, und ich habe auch noch ein Auto. Ja, wo man das dahinter kommt. War das schon immer da? Ich weiß es nicht. Also das Problem hat man schon früher, dass die Letzte zum Beispiel nicht reagiert. Es ist kein Sand. Dann hole ich nur die Pistole da hinten. War das hier? Nervt mich, wenn die, wenn die, wenn die Leertaste nicht will. Die geht übrigens bei meiner Wasch-Tastatur. Das ist ja wirklich ein Spielinternes Problem. Okay, ich hoffe, dass das da hinten... Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! noch gott sei dank mein haus da war gerade so hindurch kann ich schlagen ich brauche eindeutig mehr aus der ok das war die letzte chance drin gewesen ich nicht nehmen kann auch unter wasser tauchen wobei auch nicht bewusst sind liegt rum ok so läuft das mittel sand also bin ich jetzt auch richtig wie strange wenn ich ganz ehrlich bin aber ich wollte mich der witz natürlich gibt es in seien schon relativ früh das macht auch sinn kann ich mich eigentlich verletzen da kann ich auch noch mal hier alle anlocken haben wir erst genug heilzeug die position ist wirklich sehr gut eigentlich die bandagen ganz gern die heilen zwar noch wenig aber es lohnt sich halt doch mehr ausdauer und irgendwann auch mit mehr tragen die pistole hätte ich ja schon gern gehabt ach ja die gab es ja auch noch naja wenn es alles ist was kommt ist es gar kein problem oh ok das sollte kein problem sein sollte kein problem sein wahrscheinlich jetzt keine munition ins wasser nicht das ist auch gut zu wissen noch ausdauers kann es ins wasser ich will natürlich den ganzen sand mitnehmen das ist ja auch der grund weswegen ich eigentlich hier bin ich weiß auch nicht das ist schneller wasser Oh, sonst gibt's hier nix. Ah, hier gibt's Essen gut. Und Munition. Ah, die Plündertunen haben immer sehr viel Spaß gemacht in dem Spiel. Na, versuche man einfach nicht zu triggern. Macht nur so ein bisschen aus, aber da steht der Tropenhöhe in den Stein. Was soll dann eigentlich? Ich glaube, das reicht dann tatsächlich an Sand. Erstmal was knuspern. Und Wasser wiegt jetzt auch ein bisschen mehr. Und zweitfall lasse ich irgendwas hier. Okay, ich habe jetzt 40 Kilo Sand dabei. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Also Sand am Anfang zu sammeln muss echt mühsam sein. Da konnte ich Oli auch noch. Ich glaube, diese geringe Zombie-Rate war bloß für die Tunnel. Okay, doch. Gutes System, laufen, heilen, laufen, heilen, laufen, heilen, wenn du auf der Flucht bist und verletzt bist, perfekt. Dann kann ich auf jeden Fall einiges in Glas machen, ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar schon genug ist für den Anfang. Ich weiß bloß nicht, ob ich die 40 Kilo jetzt irgendwo untertriege, aber ich denke schon. Jetzt. Ja. gone Vielen Dank.